Liebe Gottesdienstbesucher, liebe Freunde der Lindenwiese, die Corona-Krise, die hat uns voll erreicht. Das ging jetzt rasend schnell. Und natürlich möchten wir als Kirche auch einen Beitrag dazu leisten, dass die Ausbreitung des Virus eingedämmt werden kann. Deshalb haben wir beschlossen, den Gottesdienst, den wir morgen feiern wollten, gemeinsam mit euch, den haben wir jetzt, werden wir ins Internet verlegen. Das heißt, wir werden gemeinsam mit euch, wenn ihr dabei seid, diesen Gottesdienst, der geplant war, mit Predigt und Lobpreis und dem ganzen Paket live im Internet mit euch feiern. Ihr könnt euch einloggen unter www.lindenwiese.de. Morgen ab 10.30 Uhr geht der Gottesdienst los. Gerne könnt ihr euch schon ein bisschen früher einloggen. Und wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Natürlich gibt es keine Brezeln und wir können das nicht ganz so natürlich feiern, wie wir das sonst so können. Aber wir möchten versuchen, das Optimale, was wir hier haben, an Technik zu nutzen, um diesen Gottesdienst zu feiern. Die Krise zwingt uns dazu und vielleicht ist sie auch eine Chance. Lasst uns von diesem Coronavirus nicht davon abhalten, Gott zu suchen, Gottesdienst zu feiern, uns mit Gottes Wort zu nähern. Joachim Mayer, der die Predigt hält, ist vorbereitet und bereit für euch, freut sich auf euch. Andreas Dauwalter, der den Gottesdienst moderieren wird, ist bereit. Unsere Lobpreisband hat sich vorbereitet. Wir sind bereit und möchten und werden mit euch diesen Gottesdienst feiern. Nutzt die Chance, kommt dazu an euren Geräten, wo auch immer das möglich ist, um gemeinsam mit uns, so gut es eben geht, diesen Gottesdienst zu feiern. Wir freuen uns dann über Kommentare, über Rückmeldungen, damit wir das Ganze noch optimieren und verbessern können, sodass hier unser Glaube nicht darunter leidet, jetzt unter dieser Corona-Krise. Wer nicht in der Lage ist, diesen Gottesdienst irgendwie via Internet zu verfolgen, auf welchen Gründen auch immer, der ist eingeladen hierher auf die Lindenwiese. Wir können ja bis zu 70 Gottesdienstbesucher auch aufnehmen. Und das sieht ja der rechtliche Rahmen vor. Auch ihr könnt dann live vor Ort teilnehmen. Aber alle anderen, seid dabei, seid im Internet dabei und lasst uns miteinander diesen Gottesdienst feiern. Und lasst uns von dieser Krise nicht, nicht davon abhalten, Gott zu suchen und Gottesdienst zu feiern. Ich freue mich auf morgen. Ich freue mich auf morgen. at